Vers 13 Tatra ikastam jagat kretznam pravi bhaktam anekadha apasyat devadevasya sharire pandavastata Tatra dort, ekastam an einem Ort, jagat das Universum, kretznam vollständig, pravi bhaktam aufgeteilt, anekadha in viele, apasyat konnte sehen, devadevasya der höchsten Persönlichkeit Gottes, sharire in der universalen Form, pandava ajuna, tada zu dieser Zeit. Da sah ajuna in der universalen Form des Herrn die grenzenlosen Erweiterungen des Universums, die sich alle an einem Ort befanden, obwohl sie in viele, viele Tausende aufgeteilt waren. Erläuterung. Das Wort Tatra dort ist sehr bedeutsam. Es deutet darauf hin, dass Ajuna und Krishna gemeinsam auf dem Streitwagen saßen, als Ajuna die universelle Form sah. Andere auf dem Schlachtfeld konnten diese Form nicht sehen, weil Krishna nur Ajuna die Sicht dazu gab. Ajuna erblickte im Körper Krishnas viele Tausende von Planeten. Aus den vedischen Schriften erfahren wir, dass es viele Universen und viele Planeten gibt. Einige bestehen aus Erde, einige aus Gold und andere aus Juwelen. Einige sind sehr groß, andere sind weniger groß und so weiter. Während Ajuna auf seinem Streitwagen saß, konnte er all dies sehen. Aber niemand konnte verstehen, was zwischen Krishna und Ajuna vorging.